Ihre Arbeiter, Monteure und Techniker arbeiten bei Ihren Kunden oder auf Baustellen. Für die Fakturierung und Kostenrechnung haben Sie eine ERP-Software. Die Abrechnung der Löhne mit Auslösung, Zulagen und Erstattungen läuft über eine Lohnsoftware. Doch Ihre Projektverantwortlichen und Controller müssen zu lange warten, weil die Arbeitszeiten erst umständlich in die ERP-Software eingetragen werden und Ihre Lohnbuchhalter haben großen Aufwand und Zeitdruck um Löhne und Gehälter pünktlich abzurechnen. Mit WIRTIC digitalisieren und beschleunigen Sie Ihre mobile Zeitwirtschaft. Für eine tagesaktuelle Kostenrechnung und eine beschleunigte Lohn- und Reisekostenabrechnung, einschließlich Vollständigkeitskontrollen. Übermitteln Sie die Stammdaten und Termine Ihrer Baustellen automatisch nach WIRTIC oder legen Sie beides direkt im WIRTIC-System an. Die Mitarbeiter finden diese Informationen in Ihrer WIRTIC-App und können so komfortabel Ihre Arbeitszeiten erfassen. Der intelligente Erfassungsdialog sorgt für einfachste Bedienung und Plausibilität der Daten. Disponenten und Projektleiter können über ihren Browser sofort auf die Daten zugreifen und so die betrieblichen Abläufe in Echtzeit steuern. WIRTIC kann die eingehenden Zeitstempel auch sofort an Ihr ERP-System übermitteln, damit dort ohne Verzögerung mit den Daten gearbeitet werden kann. Vorgesetzte prüfen online nur noch die Zeitstempel. Projektleiter und Controller greifen danach auf tagesaktuell berechnete Auswertungen Ihrer Kostenträger und Kostenstellen zu. Personalabrechner pflegen Stammdaten und Abwesenheitszeiten und sie überwachen die Datenqualität von Abrechnungen und Zeitkonten. Die Mitarbeiter kennen den aktuellen Stand Ihres Arbeitszeitkontos und beantragen Auszahlungen sowie Ihren Urlaub bei die WIRTIC-App. Nutzen Sie die automatisierten Abrechnungsprozesse von WIRTIC und übergeben Sie täglich Projekt- bzw. Baustellenstunden für die Kostenrechnung an Ihr ERP-System. Monatlich bzw. periodenweise berechnet WIRTIC automatisch die Lohnbuchungssätze für Ihre Lohnsoftware unter Berücksichtigung aller betrieblichen Vergütungs- und Abrechnungsregeln sowie Erstattungen und Vergütungen für die Auswärtstätigkeiten wie Auslösungen, Spesen oder Kilometergelder. Nach der Lohnabrechnung können die täglich aus WIRTIC übernommenen Baustellenstunden in Ihrem ERP-System durch die Kostenträgergenauen Istkosten aus der Lohnsoftware ersetzt werden.